So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam ein Liebestarot, ein Liebesorakel machen und mal in die Karten hineinschauen rund um das Thema Rückzug. Rückzug ist ja immer aktuell, wenn es um Liebeskummer, Herzschmerz, Fragezeichen geht, wo man sich sagt, ja, was ist denn da gerade bei mir los und bei meinem Möchtegern-Freund-Herzblatt-Ex-Partner. Könnte doch alles so einfach sein, aber irgendwie spinnt der, hat der Ideen im Kopf oder redet mit mir gar nicht. Ja, was ist hier los? Das ist immer das große Thema hier. Schauen wir mal rein heute. Das Thema Rückzug, interessant, interessant, kann viele Gründe haben. Also ich sage ja, das ist ein Wort, wo er hat sich zurückgezogen. Aber warum? Hat er keine Lust mehr auf die Partnerschaft? Kann er sich nicht fallen lassen? Kann er sich nicht öffnen? Hat er eine andere? Wird er beeinflusst? Ist die Liebe weg? Und warum ist sie weg? Was ist geschehen? Also du siehst, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum das Herzblatt irgendwie im Rückzug ist. Deswegen sage ich immer, ganz wichtig, wenn du jetzt merkst, okay, ich gehe in Resonanz. Das heißt, ich sehe das und habe so das Gefühl, das ist ja genau für mich und du fühlst und spürst das, dann bist du in Resonanz. Wenn du jetzt schon 25 Kartenlegevideos auf YouTube angeschaut hast und vielleicht irgendwann gar nicht mehr weißt, gehe ich in Resonanz oder nicht oder, oh, das ist eine schöne Legung. Ich denke schon, dass das so ist. Wenn du dir nicht sicher bist, sage ich dir, bevor du dich weiter verwirrst, gönn dir ein persönliches Reading. Da muss mal die neue Handtasche oder die neuen Paar Schuhe warten, dann tu du dir etwas Gutes. Mach mal was für dich selber. Wenn es bei mir ist, freue ich mich natürlich, wenn du dich bei mir gut aufgehoben fühlst, wohlfühlst. Wenn es jemand anders ist oder woanders ist, völlig okay, du musst dich bei dem Kartenleger oder deiner Kartenlegerin deiner Wahl wohlfühlen. Ich als Mann bin natürlich da so ein bisschen eine Sonderstellung, weil ich als Mann natürlich auch immer reinschauen kann und versuchen kann, den Wunschpartner zu verstehen als Mann. Und dich natürlich verstehe als Frau. Ich bin jetzt quasi so ein ganz gutes Bindeglied in solchen Themen. Aber das musst du entscheiden. Du gehst dahin, wo du dich wohlfühlst. Ganz, ganz wichtig. Und der Teuerste oder die Teuerste ist auch nicht immer die Beste. Also, wir schauen mal rein in die Karten. Oh, ich habe jetzt nicht geguckt, ob ich noch Akku habe. Gut, wenn uns der Akku unterwegs verlässt, dann tausche ich den eben aus und jetzt schalte ich die Kamera um. So, da sind wir auch schon. Ja, warum ist da der Rückzug? Wieso ist da Rückzug? Was ist hier los? Das wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. Ja, kann natürlich gut sein, dass er irgendwie auch beeinflusst wird. Gibt ja immer wieder so ein bisschen das Thema. Ja, wird er beeinflusst? Der Kumpel oder die Ex-Frau, die Ex-Freundin spielt da noch irgendwie eine Rolle. Ja, oder gibt es vielleicht auch jemand in seiner Familie? Irgendwas ist da, wo er in die Unsicherheit getrieben wurde. Na, das sind natürlich Dinge, von denen erzählt er dir nichts. Kann ich dir auch genau sagen, warum. Weil er dann auch die Diskussion und das Gespräch mit dir scheut, weil du dann natürlich deinen Standpunkt vertreten möchtest. Männer sind immer so ein bisschen die diskussionsscheuen Wesen hier auf diesem Planeten. Ziehe ich mich lieber zurück, sage ich vielleicht gar nichts, wird schon irgendwie klappen. Aber nicht mit uns. Wir wollen Klarheit haben. Wir wollen wissen, was ist hier los, was soll das Ganze. Und deswegen, ja, lassen wir jetzt mal die Karten sprechen und stalken hier auf feinstofflicher Art und Weise. Ach, im Übrigen, herzlich willkommen in der Kanalmitgliedschaft. Die liebe Bille ist wieder am Start, Bille. Und ja, du kommst in die Müsli-Schüssel hinein. So, ob du willst oder nicht, Bille in der Müsli-Schüssel. Herzlich willkommen in der Kanalmitgliedschaft. Oder ich sage mal, lieber herzlich willkommen zurück. So, also dann schauen wir mal, was wir da noch für Klärungskarten bekommen. Eine Dekoration. Du kannst ja derweil wieder, ja, Kontakt aufnehmen, energetisch mit deinem Wunschpartner. Das heißt, du stellst ihn dir vor, vor deinem geistigen Auge, ja, an einem Ort oder in einem Raum, an dem du dich wohlfühlst, der dir gefällt und in diesem Raum oder an diesem Ort, bist nur du und nur er und er steht ganz nah bei dir, er steht ganz nah vor dir. Und wenn du ihn richtig wahrnimmst, dann bist du auch an der Energie dran, wenn es dann meistens so ein bisschen in der Brust- oder Bauchgegend anfängt zu kribbeln. Und dann versuchst du, in dieser Energie zu bleiben für dieses Reading und stellst ihm die Frage, warum hast du dich oder warum hast du dich wirklich zurückgezogen? Also oftmals kriegt man ja dann gar nicht so wirklich die richtige Auskunft, wenn man überhaupt eine Auskunft kriegt. Ich kriege es ganz oft mit, dass sich der Partner oder Wunschpartner irgendwie auf einmal zurückzieht, es wird weniger, da kommen weniger Antworten oder es kommen auf einmal gar keine Antworten mehr. Ja, und du sitzt dann da und denkst dir, hä, was ist denn jetzt passiert? Ohne, dass er dir vielleicht eine Erklärung gegeben hat oder ein Gespräch oder irgendetwas, was ja eigentlich sehr anständig wäre, wenn man sowas tun würde. Aber ja, vielen Männern, als der liebe Gott den Anstand und den Respekt verteilt hat, waren die eben irgendwie auf dem Klo. Aber naja, wir schauen jetzt mal in die Energien rein, was ist denn da gerade das Thema? So, da geht es ja schon mal interessant los, die Neun der Münzen. Ja, da geht es natürlich um Geschick, ja, etwas geschickt anstellen. Bei den Neun Münzen geht es auch so ein bisschen, da ist einer so ein bisschen, ja, selbstgefällig. Ja, der sitzt da vor seinen Neun Kelchen. Habe ich jetzt Münzen oder Kelche gesagt? Das sind ja die Kelche. Da geht es natürlich auch schon so ein bisschen um das Thema, wenn einer so ein bisschen stolz und selbstgefällig ist. Ja, so, ich habe so das Gefühl aus dieser Karte, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, dass wir hier jemanden haben, der eh weiß, dass er dich immer haben kann, wenn er will. Na, mit diesen Neun Kelchen, da ist sich einer sicher, da ist ein bisschen Stolz dabei, da ist ein bisschen Selbstgefälligkeit dabei. Also, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dass es tatsächlich so ist, dass er kommen und gehen kann, wann er will. Ja, dass er weiß, dass er dich haben kann, wann immer er will. Dann muss ich dir leider sagen, bist du schon in einer ganz unguten Situation gelandet, weil dann, und das sage ich ja fast jedes Mal, bist du in einer Situation, wo jemand anders dafür sorgen kann, ob es dir gut oder schlecht geht. Das ist schon mal grundsätzlich eine ganz, ganz schlechte Ausgangsposition, wenn da einer in deinem Leben ist. Und klar, du willst den, du willst die Partnerschaft, na, du möchtest das schon, du tust auch das Nötige dafür. Aber es ist auch schon so weit gekommen, dass du die Kontrolle darüber, wie es dir geht, abgegeben hast an jemanden, der nicht so wirklich weiß, was er will. Ja, also ich glaube, das Einzige, was der gerade weiß, ist, dass er dich haben kann, wann immer er auch will. Und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Da ist es vielleicht auch das erste Mal hier in dieser Situation an der Zeit zu sagen, dass du diejenige mal sein kannst, die sich zurückzieht. Warum schaust du immer zu, wenn sich andere von dir zurückziehen? Warum bist du nicht mal die, die sagt, okay, weißt du was, wenn du denkst, dass du dafür sorgen kannst, wie es mir geht, dann hast du dich aber geschnitten. Entweder du bist bei mir und wir haben eine schöne Zeit oder wenn du nicht weißt, was du willst, dann geh bitte, weil du bist schlecht für meine Energie, du raubst mir meine Energie. Ich habe dir erlaubt, dafür zu sorgen, wie es mir geht. Du hast es missbraucht, indem du dafür gesorgt hast, dass es mir schlecht geht. Und da ist die einzige logische Konsequenz daraus, dass ich mich von dir verabschiede oder dass ich mich zumindest mal von dir zurückziehe. Weil da ist auch schon der König der Schwerter gefallen. Der König der Schwerter steht für Scharfsinn, Klugheit, für Strategie. Also der weiß schon ganz genau, was er mit dir macht. Und jetzt ist gerade mal wieder Rückzug angesagt, hat er vielleicht irgendwie was Besseres zu tun. Hier, das Kapitel gerade eben hat auch er geschlossen oder sogar vielleicht mal wieder geschlossen. Man weiß jetzt nicht, ich muss es auf YouTube immer ein bisschen allgemeiner deuten. Kann sein, dass er es jetzt geschlossen hat oder schon mal immer wieder geschlossen hat. Weil mit der Sonne er vielleicht das Gefühl hat, ach, jetzt geht es mir ohne dich gerade besser. Ich schließe jetzt mal das Kapitel. Ich bin der König der Schwerter. Ich habe einen Plan. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe die Strategie, wenn ich wieder zu dir will, dass du wieder auf mich, ich sage einfach mal, reinfällst. Wenn das so weitergeht und du nicht mal sagst, pass auf, jetzt ist Stopp, jetzt ist Schluss. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Und jetzt ziehe nämlich ich mich mal zurück. Aber wir wollen mal schauen, was das gerade eben mit dir macht. Ja, da liegt sie ja schon. Traurig sein, einsam sein, da haben wir die Fünfte der Kelche. Bei den Fünften der Kelchen, ja, das ist so ein bisschen Enttäuschung, einsam sein, alleine sein. Ja, gut, also bei den beiden Karten würde ich sogar sagen, deine Psyche ist in Gefahr. Der Mondgedanken, Psyche, die Sense, Gefahr, Verletzungen. Ja, also es ist schon auch in deinen Gedanken viel los. Es dreht sich viel in deinem Kopf. Ich sehe das schon, ja, mit den fünf Kelchen auch. Das ist so eine klassische Karte für traurig sein, alleine sein, enttäuscht sein. Ja, also wer und er, da haben wir es doch eigentlich schon. Das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, er kann kontrollieren, wie es dir geht. Er hat sich jetzt zurückgezogen und gesagt, ich habe die Strategie, den Plan, ich weiß, was ich tue für mich. Ja, ich will ja mein Glück. Ich schließe jetzt mal wieder das Kapitel da. Ich weiß die ganze Sache zu kontrollieren. Was ist die Konsequenz? Du bist einsam, du bist traurig, du bist enttäuscht. Du hast hier viele, viele Gedanken, deine, ja, vielleicht auch die, die an die Psyche gehen. Na, logisch geht das an die Psyche. Na, vor allem, wenn man nicht so wirklich weiß, was ist mit dem los. Ja, nur was soll er dir denn hier bitte schon erklären? Also wenn du eine Erklärung für seinen Rückzug bekommen hast, wo du schon merkst, das kann doch nicht sein Ernst sein oder das ist ja irgendwie Quatsch oder du hast gar nichts gehört. Dann hat er sich einfach von dir zurückgezogen, weil es ihm ohne dich gerade irgendwie besser geht und er weiß, dass es dir durch seinen Rückzug schlecht geht. Und das, was wir hier liegen haben, ist das absolut Ungünstigste, was überhaupt passieren kann an der Stelle. Von daher, ja, schauen wir jetzt mal, was ist denn in seinem Herzen los? So, sechs Kelche, was für eine Kelchige Legung schon wieder. Und das Kreuz und das Schmetterling. So, also ich habe schon so das Gefühl, ja, auch er tut sich schon so ein bisschen schwer mit dem Loslassen. Kann vielleicht bei euch sein, dass er immer mal im Rückzug ist, dann ist er wieder da. Im Rückzug ist, dann ist er wieder da. Im Kopf ist es natürlich jetzt momentan so, dass er sagt, yay, mein großes Glück ist gerade irgendwo anders. Du bist ja sowieso immer da im Herzen. Die sechs Kelche, ja, da geht es ja schon um jemanden aus der Vergangenheit. Da geht es um echte Liebe. Das kannst dann tatsächlich auch du sein. Aber ich glaube, das Kreuz ist auch immer gerne mal eine Last, eine Belastung, eine schwere Aufgabe hier für ihn im Herzen in die Leichtigkeit zu kommen in Bezug auf dich. Ja, und das ist ja auch wohl logisch, wenn er im Kopf immer wieder tolle Ideen hat, die dann irgendwie mit Dingen zu tun haben, bei denen du keine Rolle spielst. Und er sich dann wieder zurückzieht, weil er weiß, er kann ja eh immer wieder kommen, wenn er will. Und er weiß, dass er dir weh tut. Er weiß, dass er dich verletzt. Er weiß, dass er dich traurig macht. Und trotzdem stellt er sein Wohl vorne an. Das ist ja das, was ich, ich sage es ja immer, jeder darf oder jeder soll auch immer schauen, wo fühle ich mich wohl? Na, was kann ich tun, damit es mir gut geht? Das heißt aber nicht, dass man dann irgendjemanden anderen verletzen muss damit, wie er es mit dir tut. Also, wenn ich das bis jetzt so sehe, warum hat er sich zurückgezogen? Würde ich eigentlich schreiben, sei froh, dass er sich zurückgezogen hat. Mach du jetzt mal die Tür zu. Ja, und auch da im Herzen der Eremit. Gut, der Eremit hat jetzt nichts mit dem Einsamsein zu tun. Das hat eher was mit dem Alleinesein zu tun. Das sind ja zwei verschiedene Zustände, weil eben der Eremit jemand ist, der steht schon für die Selbstfindung, für die Stille, fürs Alleinesein und Zeit für dich haben und reflektieren. Ja, in den Gefühlen, wenn du reflektierst, wenn du schaust, wirst du feststellen, ach ja, da ist ja eine starke Bindung da, na, die Feder, na, auch ein bisschen die Leichtigkeit, wenn ihr vielleicht beieinander seid, mag ja sein. Aber jetzt ist es gerade so, das merkst du vielleicht, weil er im Herzen auch das irgendwo ausstrahlt, sich aber sehr schwer tut. Aber im Kopf spielt sich hier diese ganze Geschichte ab. Du bist traurig, du bist einsam, verletzt, du bist enttäuscht. Er hat einen Plan, er jagt gerade seinem eigenen Glück nach, schließt vielleicht derweil dieses Kapitel. Na, deswegen bist du hier unten angekommen. Im Herzen sagst du, ja, wenn ich es mal genau betrachte, ist das ja schon eine starke Bindung, ja, wenn er denn da ist. Aber das bringt uns ja alles nichts, wenn er hier irgendwo sein Ding macht, wohlwissend, dass er dich verletzt. Das musst du wissen, das darfst du verstehen, auch wenn die Gefühle noch so schön sind, wenn er da ist. Und du weißt nicht sicher, ob der jetzt da bleibt oder ob er sich wieder zurückzieht. Dann kannst du auch dich aus der Situation verabschieden. Das tut dir dann auf Dauer schon mal nicht gut. Also wir schauen jetzt nochmal die Tendenzen an. Was sehen wir denn da so? Ähm, aha, naja, schau, da haben wir es doch auch schon. Da sind jetzt die sieben Schwerter gefallen. Bei den sieben Schwertern geht es um List, um Raffinesse, um Geschick, um Lügen. Ähm, da holt jemand das Beste für sich selber raus, ja, für sich selber auch nochmal. So, jetzt wird es spannend. Die letzte Karte, wo schaut jetzt hier der Fuchs drauf? Aha, okay, wenn ich, ich würde dir jetzt tatsächlich hier sagen, sei eigentlich mal froh, dass der sich zurückgezogen hat. Das ist voll die hinterfotzige Karte, ja. Die sieben Schwerter. Da holt einer immer für sich das Beste raus. Und das haben wir jetzt im ganzen Deck schon durchgehend gesehen, was das eigentlich für einer ist. Er verletzt dich. Er zeugt dafür, dass du traurig bist, dass du einsam bist, dass du enttäuscht bist. Er weiß das, macht es trotzdem. Im Herzen kommt er nicht so richtig zurecht, obwohl er das Richtige führt. Na, du bist auch hier dabei zu sagen, ja, aber, aber, aber. Bringt nur nichts, weil hier unten der Fuchs, Lug, Betrug, Hinterhältigkeit, Falschheit, List. Und er schaut eben auf den Anker. Und der Anker, das ist das Ankommen. Das ist das Ankommen im Leben. Und hier auch das Ankommen in der Liebe. Also alles läuft falsch, was man sich vorstellen kann. Und daher, deine Tendenzen, gefällt mir gut, da ist der Tod gefallen. Und der Tod, der steht natürlich im Tarot fürs Loslassen, für ein Ende, für einen neuen Weg. Denk, wo ich dir jetzt hier sagen, ich bin ganz ehrlich, und ich muss natürlich auch immer dazu sagen, wenn du bei mir ein Reading buchst, dann gibt es bei mir immer die schonungslose Wahrheit. Ja, da gibt es kein Blümchen-Reading, wie, oh, du musst jetzt hier warten, er ist in der Transformation, bla. Sondern, da würde ich dir sagen, pass mal auf, das wird vorne und hinten nichts. Nutze diesen Rückzug von ihm jetzt, um die Tür zuzumachen. Mach die Tür zu, zieh den Rollo zu, dreh dich nach vorne, kauf dir Tennis, Schuhe, lauf. Denn hier liegt die Transformation, hier liegt der neue Weg für dich in Sachen Gefühle, Partner, Partnerschaft. Ja, die Eule, das ist der innere Wegweiser. Na, vielleicht haben wir hier auch schon so einen kleinen Hinweis gehabt. Feder, geistige Welt, Bär, anderer Mann. Na, da ist, schwimmt schon so der Flair von was Neues mit bei dir. Dass du sagst, ich will jetzt einen neuen Weg in Sachen Partnerschaft und Liebe haben. Ich folge meinem Bauchgefühl. Dass mir vielleicht dir tatsächlich schon sagt, hey, guck doch einfach mal, was denn der Markt sonst noch hergibt. Weil mit dem ist es irgendwie nicht so besonders schön. Weil, wenn ich mir diese Karten hier anschaue, ja, dann hast du vielleicht gerade jemanden an der Backe, der einfach tut und macht, was er will. Wann er es will, wie er es will. Der ist mal da, dann ist es schön, dann ist er wieder weg, dann ist es blöd, dann ist er wieder da, dann ist es wieder schön. Das geht ja komplett auf die Psyche. Okay, also von daher darfst du auch aus Selbstschutzgründen, wenn gerade Rückzug ist, sagen, okay, alles klar, bin dann auch mal weg. Ich habe, also ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, mich zurückzuziehen. Ich schaue jetzt nicht mehr dauernd dabei zu, wie du das tust. Ich bin dann mal weg, weil du hast hier also auch sehr, sehr schöne Energien für dich selbst in der nächsten Zeit zur Verfügung. Mit Gefühle, mit Partnerschaft, mit Partnern, mit dem inneren Wegweiser, mit der Transformation und einem neuen Weg. Lass mal sacken. Wenn du sagst, okay, ja, mein Thema ist auch irgendwie gerade Rückzug und hä, Fragezeichen, da bin ich jetzt aber hier nicht so in Resonanz gegangen. Vielleicht ist dein Thema anders, komplizierter. So, dann schreib mich gerne an, wende dich gerne an mich. Ich bin gerne für dich da. Ich antworte immer relativ schnell und von daher, ja, lasst viel Liebe da, bleibt lieb zueinander. Denk noch an das Gewinnspiel, wo ich im letzten Video erzählt habe. Es warten 500 Euro. Also, ciao.